Wasserflasche aufschneiden. Das sind die Decke aus Holz. Die ganze Reiche aus Plexiglass. Ne, nur die eine Seite. Wir haben jetzt gerade gedacht, die hintere Seite aus Holz, ganz schön. Und die andere Seite aus Plexiglass. Wir müssen aber noch Gewicht aufpassen. Ja, vielleicht, Daniel, du meinst, dass wir dann... Weil das nicht falsch abseucht. Genau, das ist dann halt die Schwierigkeit. Inzwischen ist der Zaun fast fertig. Wir machen das in der Mitte. Ich muss das Auto abschließen, ich hab alles gemein Geld.